Letzte Woche bei Take-Off, der Science Challenge Show, geht an dem Thema Sprüchen. Chiara hat bei Team Move eine Glanz-Performance während der ersten Challenge hingelogt. Weder den Move, nach den Gehlen, als es gelungen war, die Stärkraut-Equipe um den zweiten Challenge an den Duell zu schicken. Tabea und Jamie haben sich ein Cabo-Cup-Rennen geliefert. Und Jamie kommt sich wohl noch ganz knapp für ihn auszurechnen. Wie geht es, der Lauf hier vier Runden? Weiß Coachen, und das kann ja auf alle Fall mehr wie ihn aus am Ende. Willkommen zurück bei Take-Off, der Science Challenge Show. Karim, Chiara, Jamie, Nicole, Paulina, Alex und Lenni, Die Städtei führen uns an euren jeweiligen Äkippenfarben. Mehr abgepasst. Weil von allein spielen die keine Rolle mehr. Von allein sind da ob erst eine Langgestalt. Oh mein Gott. Du fühlst dich nämlich so, wie wenn Rot stets so hoch und du so angeschaut und hinter mir los ist, ich bin auf enger Basis. Ich finde, Rot geht an eine neue Erfahrung. Das kann schon ein kleines Handicap sein. Lauf ein, zwei Kippen, die ein paar Leute verloren haben. Bei denen geht es extrem gut, aber bei ihnen geht es einzeln ganz schlecht. Also ich kippe mir das, das ist super zu wünschen. Ich fand es ziemlich schwitzig. So ein kleiner Plot-Twist. Kommt die Feier auch weiter oder nicht, das wird man auch sehen. Oder fällt da wahrscheinlich ein, der mich schwerer ist, oder ein Teil schwerer ist, heraus? Ich bin gespannt. Keine Äkippe mit ein einziger von euch wird Take-Off gewonnen. Die euren Science Challenge Show zu Lützebusch. Andau mal doch den Geldpreis von 10'000 Euro für seinen Startschuss an die Leven. Apropos Startschuss. Heute geht es an den Weltraum. Das Thema Weltraum ist mich froh. Es ist schon eine kleine Zeit, die wir noch viel recherchiert haben. Ich wusste es. Also wenn man das Thema Weltraum hat, hat man schon gedacht, weil ich hatte schon gedacht, ich könnte Astronomie. Mir gibt es wirklich ein Kettespiel, wie etwas zu basteln. Am ersten Challenge muss ich ein Fallschirm bauen, mit dem ein Raket lösen und präzis und Mars landen kann. Die Raketen gehen dann noch ganze Uhr festgemacht, und dann müssen sie mindestens drei Sekunden am freien Fall sein. Wenn man dort hinbekommt, ist das safe. Die 1.6 kommen in die nächste Runde. Mehr aufpassen in den Klassementen als auch wichtig, weil es gibt einen strategischen Avantage in dem nächsten Episode. Es geht darum, so sehr wie möglich ein funktionierendes Fallschirm zu bauen, aber vor allem geht es darum, für den letzten Platz zu evitieren. Ich habe ein paar spezielle Ideen, wie Popwellen, Militär, Parajumper. Heute wäre ich schon ziemlich viel lieber Fallschirm. Ich habe zwei kleine Ideen, die sind aber noch nicht ganz sicher, ob wir eigentlich die besser sind. Ich fühle mich Angst, aber ich habe ein paar Ideen, also ich bin überzeugt, ja. Ja, das klingt cool. Sie müssen mir einfach ein bisschen Angst sehen, das probieren, uns nicht zu lassen zu gehen. Sechs Plätze haben wir noch zum Beginn für den nächsten Runde. Die sind aber noch zu sieben. Also, gib dir einen Strun. Drei, zwei, eins. Hör auf! Weil so Dachs bei unseren Challengen geht jedoch das, die ja darin geschickt, die Materialien zu nutzen, diese ab hier in Deutschland haben. Die Schwierigkeit heute bei uns, nämlich dass die Fallschirme so leicht wie menschlich muss sein, für die Raketen nicht zu sehen und nach das Land. Die erste Idee ist, wo wir geblieben sind, einfach zuzuholen, was auch manchmal die einfachste. Was? Oh, Mann! Wie geil! Den Déjà-vu, den kann ich nicht noch. Also, aus der Challenge mit Sonja. Ja, vielleicht tun wir schon fangen zu groß, noch mehr Kapazität. Ich weiß es nicht. Ich habe die Beispiele und dann habe ich sie zusammen mit dem Tape so, in der Fall, ich kann es zurücknehmen. Und die Tape ist ziemlich leicht. Ich habe mich auf meine Arbeit, auf den Prozess. Obviamente, ich hatte keine Zeit, zu measureieren, denn es war noch ein Speedtest. Oft, wenn ich noch so Öko-Tutten halte, dann melde ich das so. Und wenn die Luft draufläuft, dann wird es bei mir kein Widerstand. Dafür soll ich keine Tuten als die beste Lösung. Wo ich gerade durchstehen, an Plastik-Suten holen, dann denke ich mich echt um Fallschirmen. Also okay, zwei Fallschirmen, und mit einem einzustellen, ist es nicht prägt genug. Weil ein Fallschirmen ist ja prägt. Die benutzen dann direkt zwei, und ich versuche noch, dass sie abbleiben. Weil ein Fallschirmen muss immer abgehen, sonst pallen Leute drauf, und da geht das nicht. Ich dachte definitiv, dass ich Ballons brauche. Ich dachte nur, dass sie es aufstehen und es länger bleiben würden. Welche Kandidaten ihre Fallschirmen idealerweise bauen sollten, erklärt ihr, Joseph, anhand von einem richtigen Beispiel. Das sind Bilder von der Landung von der Perseverance und dem Mars. Das ist ein Marsrover. Die Fallschirmen spielen an der Raumfahrt immer eine wichtige Rolle. Allerdings brauchen sie etwas, damit sie funktionieren, an der das eine Atmosphäre. Und Mond, für eine Landung mit einem Fallschirm geht nicht mehr. Für die heute Rakete, die hier landen kann, muss also der Fallschirm mehr zu sehen, mehr zu gross gehen, für die Luftwiderstand an den Luft geht, und so der Fall vom Objekt bremst. Wir schauen immer, der Fallschirm wird das am Gang wackeln, und dann wird die Luft, die angefangen hat, zu der Seite rausgeschwappt. Wenn das nicht passiert, muss man nicht lachen an den Fallschirm. Dann kann nämlich die Luft kontrolliert entwischen und wir kriegen eine Auslandung hin. Als ich gelang wäre, habe ich immer, ein paar Jahre zu heben, auf der Fallschirm gebaut und immer verteidige Rang gebaut, aus solchen Appels, und dann ein Plastik-Zutun befestigt. Scheiss, das zu sehen. Last thing, I need to attach, attach my rocket to this whole mechanism, so I will use a string most likely. Wir haben heute auch die Challenge der sehrste für den Abenteuer. Trotzdem darf ich nicht vergessen, dass es sich immer lohnt zu verlieren, ihr den, ob es mischt, weil dann nur ob es gepasht, oder ob es geschnitten, oder ob es gebraucht, und dann es ist schwer, zurück zu gehen. Pasch, nicht zu warm, sonst schmilzt du Plastik natürlich. Nein, nicht wirklich. Ich setze ein Stück zwischen den Ballons, damit habe ich sie zusammengelegt. Das hält die Ballons zusammen und ergibt mehr Resistenz. Mit sie recht sieven Minuten am Challenge und die erste Kandidatin die Taste schon schmengen, Deune als ihre Fehler gelayert. Insgesamt war ich für den ersten, der bei der Jury gegangen ist, mit der Anto Sjö noch einfach mal zu versuchen, wie lange die Reisekunde sind, wie lange das überhaupt geht. Wanne sei falsch im Test, muss ich ihnen sich allerdings bewusst sein, dass an der Zeit die anderen Kandidaten weiter an ihre Konstruktionen schaffen können. Jetzt sollte ihnen sich Sänger Saralso am besten voll sicher sein. Drei, zwei, eins, Drop! Okay? Ja! Ich war ultra froh und ich war einfach froh, mal den ersten Ankerner Challenge zu sehen, beschnitten mit Müsse weiter zu straßen in den anderen besser können. Dummer tut den Jamie sich als Eichstimme für die nächste Runde qualifiziert. Welcher Vantage ihm das für den nächsten Episode bringt, wird gleich gewohnt. Und die anderen Kandidaten kommen noch so los an den Zeitdruck. Das wäre eine Chance zu tun. So das nicht. Drei, zwei, eins, go! Scheiße! Pauline? Ah, mir noch eine gross Plastikstute. Das hat sie gut gesehen. Ich war sehr froh in der Mitte ich sah, dass die Tape zwei zusammengezogen und auch ein Teil war. Und ich dachte, oh mein Gott, mein Parachute war. Drei, zwei, eins, los! zwei, eins! Ich war sehr froh als ich dachte, dass ich eigentlich im zweiten bin. Oh mein Gott, ich kam im zweiten. Das ist so groß. Drei, zwei, eins, go! 100 Sekunden nur, kann es! Okay. Joseph hat gesagt, oh, das funktioniert. Ich dachte, hab mir ein bisschen Drei, zwei, eins, go! Ja, das ist gut. Ich war sicher, dass es drei Sekunden macht. Und ich dachte, wahrscheinlich noch ein Sekund mehr. Ich wusste wirklich, dass es ein bisschen Hang-Time hätte. Also drei Kandidaten sind schon sicher weiter. Drei, zwei, eins, go! Leider nicht. Ich bin einfach ein bisschen überrascht, dass es ein Alex-Pro-Lev braucht. Wir schätzen ihn einfach so als Einzelgänger an, dass er eigentlich an der Heute-Challenge mehr sehen kann, ob er eine brillante Lesung hat wie am Team. Drei, zwei, eins, go! Karim, Leider nicht. Okay. Der Dorf ist typisch Karim. Er hat sicher eine brillante Idee. Wir haben dort oben gesagt, dass wir die Materialien, die wir hingehen haben, wir wissen nicht. Wir haben das immer los. Und das gehört dem Heim ein bisschen zum Verhängnis. Gute Zeit hält sich Yvonne auch Nicole. Die einzige Kandidatin, die Bislon nicht getastet hat. Wir haben auch sie auch drei Plätze zu vergeben. Das ist wichtig, dass sie einfach an dem Moment nicht Stress an und nicht darüber denken, sie nehmen noch zwei Plätze, noch immer noch einen Platz. Weil ich meine, dass die Stress nicht mehr und man nicht klar kann denken. Nicole hat eine mega-Konfiance an sich selber. Sie zieht seine Dinge durch. Sie hat auch was am Herzen, wenn man sich selber schwärzt. Ich fand das immens. Das wie wenn man eine Scheuklappe unten hat. Guckt nicht links, guckt nicht rechts. Hört mich seine Dinge ins. Wir können es ausprobieren. Drei, zwei, eins, los! Nicole, ich muss leider sagen, dass es nicht gut ist. Okay. Also, es stimmt. Ich kann nicht rausbleiben. Ich habe mir das schon bewusst. Ich mache definitiv mehr Resistenz. Was ich schon viel drunter gemacht hat. Weil ich war schon am Anfang ganz interessiert an der Kochtung. Das Flach. Die Form bei der, weil es ein Stück bei Bäuer und hat ultra viel Resistenz für Luft, die rüberkommt. Mich war mir nicht sicher. Ich habe schnell von der Ball genommen geholt. Und da ich längst ein Rätsel gepasst. Vielleicht, wenn du den Luftwiderstand am besten behaust, für die 100 Sekunden irgendwie nach der Hand zu gehen. Nolex, go! Ja, wann ist es gelaufen? Doch, doch. Du hast es gepackt! Ja! Das waren die 100 Sekunden. Das ist schön. Und die erste Tue tun es zwei Ballons an. Und dann, nach oben Ballon, dann rennt die Tue drauf. Für, dass irgendwie, ich meine, dass die Ballons auch so ein bisschen die Luft heilen. Und dann halt das an die Tue innen, an die Tue innen, an die Tue innen, wenn Luft dran kommen können. Für, dass dort dann mehr los rumfällt. Noch zwei Plätze und sind frei für an der nächsten Runde dabei zu sein. Ein, drei, zwei, eins, go! Ja, 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 ja! Nein, leider nicht. Du musst nachher einen Köger drinnen an der Kanten. Karim als nächstes. Ich kann doch nicht alles das, außer Nehrappen, auch ganz viel fangen, weil ich auch nicht genug Material habe, um so viel nicht alles zu machen. Go! Nee. Okay, das Ziel, was man will, ist, anfangen, so viel Luftresistenz wie meistens zu machen. Das kann man machen. Das ist ein mehr grosses Flasch. Und lass! Nicole, die Verbesserung hat etwas gewirkt. Du bist weiter! Ja! Ja! Luftresistenz! Nicole, das hat sich in der nächsten Runde an der nächsten Runde und damit hört Team Rot als nächstes bewiesen, dass sie nicht klein zu kriegen sind und durchaus auch gut Einzelkämpfer sind. In den letzten Minuten ist es also quasi ein Duell zwischen den zwei Maufen. So, schau, das ist richtig spannend. Weil wenn Ludem Kiera seine Rakete immer drei Sekunden, oder genau drei Sekunden braucht für den Rauf, gibt das natürlich die Bedeutung, das hat beides. Und ich kehre ihn nicht. Go! Leider muss Kiera verbessern, und es werden keine drei Sekunden. Ich hole einen Steckkarton, ich mache den immer anderen Steckkarton. Es wird mal schneide Lach dran, vielleicht spüren sich gewischt. Und dann machen so zwei Bängeln, kleinen Sticks, dann passen sich Toot Drop. Und dann hoffen ich, dass die zwei Toots eine Wirkung wird. Karim hat mit einem Päschpistole nach seinem Toot-Futti gemacht. Und ich denke, ich meine, das ist ein Physiker. Ganz einfach, wie gewischt, dass es keinen Druck kommt. Es ist einfach, mit Pabaya und mit Karton so groß wie möglich Flasch zu machen, die auf der Seite mit Fieseln unter der Kaidunen zu strecken. Dann hat er einen richtig schönen Parapont gehabt. Ich meine, das ist zu schwer. Es geht hier um die letzte Platz an der nächsten Runde von Teukow. Lach direkt für die Kiera oder kriegt die Karim noch eine Chance. Lach gleich, was sie machen. Go! Leider nicht. Ich habe es schon so oft probiert und wir sind noch von den Ideen ausgegangen. Ich war schon ein bisschen verzweifelt. Der macht uns krägisch. Nein. Der macht uns fädisch. Der macht uns nachmäßig. Go! Karim! Alle. Du bist dabei. Glückwunsch! Und du musst ein Leider für Chiara Haie-Riva bei Takeoff. Das ist effektiv ein bisschen blöd, auf der siebten Platz zu sehen. Und das ist natürlich schwer. Mein Fehler war, dass es immer mit Graus gebaut wird. Du hast schon mehr Flasch, wenn es aus dem Lagen geht. Und ich weiß nicht, wie viel mir gefehlt wird. Ich war einfach wirklich nicht lang. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. So richtig knapp, muss ich sagen. Ich hatte einen Moment gedacht, okay, beim Kerr seinem letzten Tag, da war ich okay. Das ist mein Anblick. Ich bin heute innerhalb von so wenig Zeit kennenzulernen, so viel gelehrt, wie ich mein ganzes Leben gefällt noch nicht gelehrt habe. Ich meine, einfach vom ... der Lehrer, der noch viel drüber kann, zum Beispiel, all die Sachen, die mir dann in der letzten Episode gebaut hat. Ich habe niemals am Leben darüber gelehrt, dass ich es selbst je Hickere gab. Der hat das extrem schön gesehen. Und ich meine, dass auch einfach, dass die Challenges, die ich machen muss, auch einfach für ihn, so, es ist drastisch, immens, die Challenges. Und ich meine, das bringt dich auch am Leben weiter, dass der Hickere es ändert, in einer extremen Situationen trotzdem noch ordentlich zu performen. Es ist ein Challenge gepackt an Leif-Kandidaten, wie der Gesitt, wo man auch ein paar Kosten für eine erste Gestalt macht etwas drüber und der Joseph erklärt, wie es geht. In der nächsten Episode werden wir auf Eje-Fauscht ein wissenschaftliches Show-Experiment vorbereiten, an das für ein Jury und für ein Publik performen. Ein Thema von der Episode als Naturphänomene, an der Gesitt haben verschiedene Symbole allein, und das ist ein Symbol von verschiedenen Experimenten, die man machen kann und die man erklären kann. Wir haben den Rehbau, wir haben den Vulkan, wir haben den Geysir, wir haben den Tornado, wir haben die Wollecken, Aurora Borealis, das heißt die Nachtlichter oder die Polarlichter. Während dem Mond können Kandidaten sich auf den grossen Show-Akt präparieren, dass sie während der Zeit auch von unseren Coachen unterstützt. Kandidaten dürfen auch hier das Thema heraussichern, wo wir dann beim strategischen Viertel wären. Jamie hat noch zum Fallschirm als Eje, die drei Sekunden gepackt, und darf er Jamie als Eje ein Thema heraussichern? Ich will in den Vulkan. Es ist immer ein Thema Vulkane heraussichert, weil ich mir an sich so tun, wie kannst du die Leute am meisten von den Experimenten erzählen. Es sind auch immer so verrückt, ich will so Experimente und heute habe ich so wirklich gesehen, heute kann ich mit Lava oder irgendetwas ganz Gefährliches machen. Und ich meine, das passt mehr zu mir, das passt mehr zu dem, was ich will machen und ich finde das auch mehr cool für mich persönlich. Persönlich. Paulina. Ich wähle den Geyser. Dammit! Nein! Ich nehme den Tornado. Ich hole den den Rainbow. Ich hole den Aurora. Ich hole den vollkommen. Die sechs Themen für uns Show-Experiment-Episode sind eben noch vergehen. Mehr, eine kleine Verraschung und als Coach einfach noch. Wie dachte, du vergehen? Du hast noch ein Thema. Ah! Ich meine, ich sehe speechless. Ich will nichts zu sagen. Chiara, wann hast du geliebt? Ach, sie geht. Der Tisch. Chiara, du bist noch nicht raus. Mehr, 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 mehr. Friede ist nicht zu früh, weil du musst deinen Platz bei Take-Off erkämpfen. Das wäre effektiv zu einfach gewesen. Muss ich zugehen. Ähm, hi, Leif Chiara, sind denn Geister? Hallo! Oh! 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 No way! No way! Oh! 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 Oh, oh! Es geht um die siebente Platz in der nächsten Runde für den Take-off. Joseph, war das ein Challenge? Ja, wo man gelernt hat, geht es darum, eine Station zu bauen. Oder besser gesagt, einen Turm. Denn so hoch wie möglich ist, an diesem Turm soll das Plattform können drohen. Ihr dürft dafür nehmen, das Material benutzen, was ihr in Deutschland leid. Nur 15 Minuten ist die Zeit gestoppt, und da gilt, die höchste Plattform gewinnt. Und wie immer, ein Tipp von uns, stürzt sich nicht einfach planlos ran, nicht überlebt, passt und zieht daraus dann den richtigen Schluss. Den Challenge, den man rausgesucht hat, als inspiriert an einem ganz bekannten Challenge, dem Marshmallow-Challenge, da holt den am Platz Spiesser, die wir hinzugehen, Spaghetti an, und am Platz die Plattform, die wir hinzugehen, in Marshmallow. Und den Challenge haben sie gemacht, mit Spielschusskanner, bis hin zu Schäfen für grössere Unterprisen. Aber da rausgekommen, was interessanter ist, dass die Spielschusskanner am Anfang besser aufgeschnitten haben, in den Main-Haisern Turm hingekriegt haben, weil sie oft getestet haben, weil sie für und allem nicht den Marshmallow-Richt ganz zum Schluss drauf gelöscht haben. Ich bin verwirrt, und ich habe noch nicht so ganz eine Idee, was ich noch machen soll. Also das ist schon ein Challenge ein bisschen, also das ist nicht so einfach. Ich mag den einfach einfach, aber ich weiss, dass du noch, also ich muss wirklich aufpassen, wen du möchtest. Also ich muss mir überhaupt wirklich Gutes überleihen. Es ist wirklich extrem wenig Sachen, die wir haben für einen Turm zu bauen. Dafür will ich noch nicht wirklich, was ich machen, ich habe eventuell eine Idee. Bleibt Chiara oder kommen Tabea oder Mathieu zur ganzen Sendung? Geht alles. Drei, zwei, und... Take off! So, okay. Ich probiere ein bisschen, auch den Eiffel-Turm zu bauen. Und ich will überwenden, ob ich jeden Fall entweder vier Stecker oder drei stecke. Ich mag manchmal drei Stecker. Ich pass ihn direkt einfach. Stick with the first idea. Mein Idee wäre einfach, eine Dreieckskonstruktion zu bauen und die dann immer nicht zu stabilisieren, mit so Spiesser, die dann sozusagen auch so ein Dreieck bilden. Also etwa in beiden Richtungen so ein Dreieck. Und dann habe ich noch die einzelnen Seiten, für die sie mehr stabil sind, einfach noch ein Spiesser-Querstrahl gemacht, um einfach mehr Stabilität zu kriegen. Das ist genau das, was wir wollten, als ein Dreieck. Wenn ich den an einer solchen Ecke fässt, dann kann ich den nicht boosieren. Bei einem Feiereck hat das immer das Problem, dass die sich so verformen kann. Dafür sind dann all die Konstruktionen, wie den Eiffeltürmer und die Brücken, nicht mal die Dreieckstrukturen da, weil die einfach Stabilität haben. Ja, das muss heilen. Das ist schon mal ein Problem. Nee, scheiss, scheiss, scheiss. Drei Minuten sind um, bleiben also nach zwölf Minuten. Oh Gott, ich muss noch nicht heute die Krise machen. You know what? I can do that. Das ist nicht stabil. Es gibt eine Menge Lesungen für alles. I'm gonna just do that. Und jetzt... Hier mischt ein Dreieck, das ist auch nicht dumm. Ganz am Anfang, als mein Idee für ein bisschen, den Eiffelturm noch zu bauen, weil ich eben am Vierhaus schlecht ausschätzen kann, wenn ich schon länger Vierelsturm komme, dann probiere ich, den Eiffel anzufangen. Und dann, wenn ich noch Zeit tue, mache ich immer mehr weit rauf, immer mehr weit rauf, damit eben zum Schluss immer mehr hoch geht's. Okay, ich hoffe nicht, bleibe Puschen. Und dann machen wir noch hoch. Nein. Das ist schwierig, als definitiv den Zeitdruck. Jetzt ist der Welt innen, dem muss ich mich weit rauf. Was ist alles so schief, Mann? Geht manchmal schief in den Turm von Pisa. Also flach. Das ist gerascht. Ein Drittel von der Zeit aus dem, das bleibt nach zehn Minuten. Natürlich geht es um Hecht. Wir waren nicht im Feld, das ist mehr Palmisch. Wir waren nicht. Ein gewisser Geräst突. Oh, wir waren zittert mein scheiß Herz, wie hier los, Mann, da ist es gekommen. Ein bisschen rund rum, ein Gedreck, schön bisschen wie Reize, Mann. Do not give up. Okay, ich meine, alles gut, ich probiere ein bisschen mehr Heize, Mann. ich probiere ihn mal ein bisschen mehr Heize, Mann. Okay, ich bin ganz gut, was sollte auch noch machen. So, okay, wow, die Döner ist fröhlich schön. Du musst halten, so. Et bleibe schist nach sechs Minuten. Ich muss jetzt nicht stabilisieren, sonst geht das nicht. Ich darf einfach nicht bei den anderen gucken. So. Wir wollen einfach nicht, dass das anfällt. Leber ist mehr stabil. Weh. Das zittert so viel wie meine Hands hier drin. Ich guck nicht, wow, die Kärre ist richtig heiß. Ich meine, das ist mehr heiß wie ich. Das ist schon mehr heiß wie ich. Ich höre gerade wieder mal zu sehen, dass die Kärre sein heiß ist und die ist auch heiß. Das ist tricky, Mom. Es ist gut, weil ich weiß, die passt die ganze Zeit nicht da, wo er soll sein und das nervt natürlich ist und ich muss hier wirklich stabil sein und das passt nicht um einen anderen drauf. Ihr lasst vier Minuten laufen. Oh Gott, wie macht ihr denn schon mal so klein? Die Nudeln waren das auch schon. Okay, die Kärre ist viel zähig, man. Ich muss halt noch mehr, ich kreien, du ne? Wir machen keinen Turm, wir sind noch so einen komischen Rastag. Okay, du Scheiß, muss ich irgendwie halen. Ah, fuck. Okay, Lumanjanka, so heuernd mitfütze. Oh, mei. Oh, das kommt gleich rum. Je mehr heihe du guffst, desto mehr unstabil guffst, dann wirst du nicht immer auch Dachs mehr wie ich Spies als Seilgehol für ein bisschen mehr zu stabilisieren. Oh mein Gott, ich muss danken, ich muss nur danken. Ich muss nur danken. Ich bin noch ein bisschen Zeit, ich muss eigentlich auf mich hin. Ich kann mal ein Kärre, alle, 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 alle. Aber das Eurofalt, da weiß ich nicht, ob ich kreischen oder lachen. Und noch passen die drei, die lässt mir nicht lief. Also, wenn Zeit um ist, muss die Dinge druckfläuen, gell? Ja, nach 5 oder 40 Sekunden. Ich meine, ich pack den Leber nämlich hin. Nach 30 Sekunden. Vielleicht halt den anderen hier nicht. Ich will so dünnen Strecke nicht drüben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich konnte kugeln. Ich habe mal gedacht, okay, du hältst da nur Zeit für das auf den Druck zu legen, weil du noch nicht auf den Druck nehmen. Und mein Hände hat gezählt. Und ich habe gedacht, ach nee, mach, du kannst das nicht mehr hin, für das auf den Druck zu kriegen, ohne dass er drauf drückt. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, stopp! Tenant Lut. Schlussendlich hat der Mathieu in der letzten Minute noch eine Tasche mehr eingebaut, und zwar bis zum Schluss nicht klar war, ob seine Plattform wird heilen. Bei Chiara hat das alles von Anfang an viel mehr stabiler ausgesehen. Ich bin nicht stets im Krumm geworden. Sie haben alle drei einen Turm gebaut, an engem Sinkplattform aus einem Hexten. Und das ist Mathieu, und dafür kommt jetzt direkt bei Take-Off. Gut gemacht. Oh, 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 oh. Das hat richtig 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 gut gemacht, geil. Die machen wir gar nicht los. Das ist okay. Es ist leckeres Trick. Ich bin schon richtig blöd überfangen. Mathieu sein war einfach besser. Ich bin wirklich froh für ihn hier und ich habe nicht genau so viel verdient. Ich hoffe, er kommt weg in der Schweiz und ich wünsche ihm einfach viel Glück. Es ist in der Meinung sehr weit logisch, dass Mathieu das verdient. Und vielleicht, also, es ist meant to be, dass ich da raus bin. Ich freue mich low auf die nächste Challenge und ich freue mich auf mein Experiment. Münner ist zu zwei Uhr gemalt. Aber wir gehen auch nur los, dass sie wollen. Er war schon eliminiert und lassen wir dabei bei der Aventure Take-Off. Der Mathieu muss dann am nächsten Episode zum Thema Tsunami ein Show-Experiment aufbauen stellen. Beim Thema Tsunami fällt mir low ehrlich gesagt nicht allzu viel an, außer irgendeine grosse Welle. Aber es ist eine schöne Entscheidung, vor allem nicht viel, die ganze Studie zu überfluten. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Aber wir werden schon etwas gut ausfallen. Auf dem nächsten Episode freue ich mich immens. Denn das geht mir einfach so, dass Sie als Lieferin etwas von Ihnen können. Weil, wo Sie hier Persönlichkeit daraus stehen können, dass es nicht etwas von uns können, was Sie lesen müssen. Wenn Sie sich versichern, um eine Sendung zu machen, kriegen Sie die Chance, einen Kopf auf der Bühne zu fassen. Und Sie müssen schon ein cooles Experiment überleihen. Und dann rundherum eine Geschichte strecken oder eine Performance, die das Experiment hinlädt, das Experiment doch noch erklärt und valorisiert und vielleicht so einen Aha-Moment gibt. Und wenn Sie nicht so richtig wissen, was Sie sich darin vorstellen können, dann hören Sie auf einmal gut, ob das werde ich am nächsten Episode erwarten. Bei Take-Off, der Science Challenge Show. Oh mein, oh mein, oh mein. Mein Freundin heute hier wird also ein riesiges Mann. Ich konnte mich schiefen. Ich muss selbst als Leute am Gangrenner zu gehen. Sie sieht, dass kein Darm zu bannen ist. Es weiß nur mittlerweile, wie es sich aufhört, Reis zu fliehen. Ich muss immer sagen, ich muss mein Buch machen. Ein gemeinsames Initiativ von der André Loche Foundation an dem Fonds National de la Recherche. Thür Goté Thür Bet Körb free